Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich hier in der mentalen Gesundheitspraxis Kraftquelle selbst. Mein Name ist Emgat Ponder. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Darf ich dich gleich zu Beginn mal etwas fragen. Hast du dich schon mal gefragt, warum dir in deinem Leben das ein oder andere immer wieder passiert? Warum du dich in der ein oder anderen Situation, die du so nicht wirklich haben möchtest, warum du dich da immer mal wieder findest? Oder warum du in der ein oder anderen Situation oder Begebenheit immer wieder auf eine Art und Weise reagierst, wie du es nicht wirklich möchtest und dir dann ja schwörst, das kommt nie wieder vor und irgendwann ist es dann doch so weit. Dann bist du hier goldrichtig, denn ich möchte dir in einer kleinen Videoserie aufzeigen, wie wir Menschen uns selbst tagtäglich unsere Realität erschaffen, unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Und das ist ja der erste Schritt, wenn man etwas verändern möchte in seinem Leben, denn auch dann bist du hier richtig, wenn du einfach mal erkennst oder die Information bekommst, wie du dir bislang dann eben unbewusst deine Realität, deine Lebenswirklichkeit erschaffen hast, das ist dann der erste Schritt, um da auch Veränderungen herbeizuführen. Und dazu lade ich dich jetzt ganz herzlich ein und würde dann sagen, bis zum nächsten Videos, es gibt eine kleine Serie von Videos, habe ich aus dem Grund in kleinen Videosequenzen aufgenommen, damit du dir wirklich häpschenweise einfach mal so zwischendurch die Information holen kannst und nicht so großartig Zeit vorm Computer auch einplanen musst, das ist ja oftmals im Alltag schwieriger, deshalb bekommst du die Information von mir in einer kleinen Videoserie. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Video. Tschüss, dein Iamgat.